Dominik hier, moin! Und hier wieder eine Folge von iDOMICS IT Support. Beziehungsweise, das ist die allererste Folge. Ich bekomme immer wieder E-Mails, immer wieder Nachrichten. Hey, wie funktioniert dies? Wie funktioniert jenes? Teilweise sind die Nachrichten auch echt lange. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt jede E-Mail immer beantworte, wie ich es in der Vergangenheit in der Regel getan habe, mache ich doch einfach ein Video zu. Dann habt ihr auch was von und vielleicht hilft es euch weiter. Hier die Mail von Gerald, die er mir geschrieben hat. Er muss mich noch einmal bemühen, schreibt er hier. Und zwar geht es um Java für den Mac. Er hat die aktuelle OS X Version, das ist schon mal toll. Und er hat laut den Apple Support Seiten Java 7 von der Oracle-Seite installiert. In beiden Browsern, Safari und Firefox, wird es als aktiviert angezeigt, aber es funktioniert trotzdem nicht, denn auf den Webseiten steht Plugin inaktiv. Und er fragt nach Abhilfe. Okay, was Gerald jetzt gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber ich zeige euch, wie es richtig funktioniert. Ich bin hier in meinem fast jungfräulichen Safari, gehe einmal auf Google und suche nach einer Java-Testpage, denn ich möchte erst mal testen, ob denn Java bei mir drauf ist und wie sich das so verhält. Dann habe ich diese Webseite gefunden hier, wie teste ich, ob Java auf meinem Rechner funktionsfähig ist. Das ist java.com, das sieht gut aus, also testen wir das mal. Ich komme gleich zum Download oder überspringen Sie die Installation und testen Sie die derzeit installierte Version. Das möchte ich einmal machen. Hier steht blockiertes Plugin und wenn ich da draufklicke, weist er mich darauf hin, ich solle das Update von Oracle laden. Nun, wir sind hier schon bei Oracle, also sage ich einmal OK und sage kostenloser Java-Download. Das ist die empfohlene aktuelle Version. Ich bin einverstanden und möchte sie herunterladen. Achtet bitte darauf, ladet Java nur, wenn ihr es wirklich braucht. Das ist kein Tool, was ihr unbedingt braucht. Nehmt es nur, wenn ihr es benötigt, da es in der Vergangenheit immer wieder Sicherheitsprobleme mit Java gegeben hat und Apple schon ganz bewusst es nicht mehr mit ausliefert. Und ich öffne mir einmal das soeben heruntergeladene Java von Oracle. Ach, ich sage immer Java, ich weiß schon. Eigentlich heißt es ja Java oder Java oder wie auch immer ihr es aussprecht. Ich sage jetzt einfach mal Java. Durch einen Doppelklick installiere ich mir das Ganze, sage fortfahren und klicke auf installieren. Authentifiziere mich einmal und nebenbei schließe ich mir Safari und alle anderen Browser. Die Installation war erfolgreich. Ich klicke auf schließen. Das hier kann ich auch zumachen und werde automatisch zu der Java-Version prüfen geleitet und sage Java-Version prüfen. Jetzt steht genau das, was Gerald sagte. Inaktives Plugin. Das heißt nichts anderes, als dass das Plugin inaktiv ist. Ich gehe dazu einmal in Safari-Einstellungen, gehe auf den Reiter Sicherheit und stelle sicher, dass hier Java erlauben aktiviert ist und klicke auch mal auf die Webseiten-Einstellungen. Ihr seht schon, java.com und www.java.com hat sich eingetragen. Ich habe einfach einmal auf dieses inaktive Plugin gedrückt und dann kommt mir hier zusätzlich dieses Fenster und ich werde noch einmal gefragt, ob ich die Java-Detection hier wirklich ausführen möchte und sage, Anwendung dieses Anbieters aus dem Speicherort nicht mehr anzeigen und sage ausführen. Das sind einfach ziemlich viele Sicherheitsschranken, wie ihr seht. Und das ist ganz bewusst so gewollt. Damit kommt von hinten nämlich kein Schädling so einfach rein, denn ihr müsst erst mal klicken. Klickt auf das inaktive Java-Plugin, sagt Erlauben. Dann nämlich ist hier in den Safari-Einstellungen Sicherheit, Website-Einstellungen verwalten, eine zusätzliche Webseite. Und ihr könnt im Nachhinein hier immer noch immer Erlauben sagen, immer Blockieren oder Verwendung bestätigen. Wir versuchen das Ganze nochmal auf einer weiteren Webseite. Und zwar logge ich mich jetzt einmal auf meiner Diskstation ein, starte dort einmal die File Station und nun werde ich erneut gefragt, die Webseite enthält ein Java-Applet, möchten Sie es zulassen? Das wird nämlich automatisch gestartet und es steht nicht inaktives Plugin, wo ich draufklicken muss, da und sage auch hier Erlauben. Und bekomme hier eine Zertifikatswarnung. So könnten Sicherheitswarnungen aussehen, wenn es Probleme mit Zertifikaten gibt. Bei mir ist das der Fall, weil es natürlich nicht auf die IP-Adresse ausgestellt ist. Ich sage trotzdem einmal weiter. Achtet bitte genau darauf, wenn ihr da auf Weiter klickt. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Erneut werde ich gefragt, soll dieses Applet hier ausgeführt werden? Und ich sage auch wieder hier, ja, in dem Falle möchte ich das ausführen. Und Java wird gestartet. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das hilft euch an der Stelle weiter. Es sind ein paar Sicherheitsschranken, ein paar Sicherheitsrichtlinien eingeführt worden, die zu beachten sind. Und so, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, funktioniert Java auf eurem Mac. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Teilt es auf Facebook, Twitter und Google+. Dort findet ihr mich übrigens auch die Links in meinem Kanal und auf idomix.de. Schaut auch in meinen Kanal. Dort sind nämlich viele weitere Videos und auf idomix.de natürlich das Videoarchiv. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei idomix.it-support einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020